Hä, warum ist denn hier eine Ampel? Ich hab versucht, den vierten Gang anzufahren. So, Jungs, macht euch für irgendwas nützlich. Steht einfach rum. Glaubt ihr, ich kann sie bringen, dass sie zu mir schaut? Voila, Abdurrahman ist nicht korrekt von dir, Mann. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blindend. Es ist unnormal geiles Wetter in München. Es ist ein bisschen heiß, 35 Grad. Merkt man, ja. Also, ich kann sagen, ich fahre jetzt seit 5 Minuten. Ich schwitze schon unterm Helm. Mit anderen Worten, wird eine geile Fahrt. Was unternehmen wir heute in YouTube? Keine Ahnung. Schauen, was passiert. Das hätte man alles nicht machen müssen, wäre der Smart 50 gefahren, wo 50 ist. Die Aufnahme läuft jetzt 2 Minuten, schon muss ich mich aufregen. Ah, wie oft glaubt ihr, werde ich heute sagen müssen, dass es brutal heiß ist. Weil ich muss jetzt schon das Visier hochklappen. Achso, ich hab rot. Ups. Hä, warum ist denn hier eine Ampel? Das muss ich nicht verstehen, oder? Wofür war die jetzt genau, wenn ich fragen darf? Jo, Digger. Die Isar ist ja... Tschau, Leben full. Der liebe Rikscha-Fahrer. Ist das Auto zu warm geworden? Jalla, gib Gas. Gib Gas. Auf was haben wir jetzt gewartet? Auf bessere Zeiten, oder? Na gut, eine Minute nach. Hier war 50. Es war nur bis 18.30 Uhr hier bei jedem Schule. Es ist 18.01 Uhr gewesen, als ich Gas gegeben habe. Also, ich muss sagen, ein bisschen stolz bin ich aktuell schon auf mich. Ich hab's geschafft, nicht einmal anzumerken, welche Hitze aktuell in dieser Stadt herrscht. Hier war dieser schlimme Ort. Ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Wahrscheinlich, weil es gestern gewesen ist. Aber hier wurde ich fast vom LKW überfahren. Keine Ahnung, ob ich in seinem toten Winkel war. Aber haben die nicht extra deswegen unterm normalen Seitspiegel ja noch so einen, der komplett die Unterseite zeigt. Um genau so etwas halt zu verhindern. Ich hab versucht, den vierten Gang anzufahren. Kein Wunder, dass so etwas nicht funktioniert. Da vorne ist blau Licht. Ich seh's von hier in der Spiegelung. Na, ist klar. Keine Ahnung, was der versucht hat. Ah, der hat's geschafft, das komplette Licht auszuschalten. Das ist geil, Digga. Machst einen Mast kaputt, komplette Ampelanlage am... Was ist denn hier los, Digga? Feiern die einfach, oder was? Ja, die feiern Geselligkeit aber sicher. Die Studenten, ne? Da wurden ein paar degradiert zu mobilen Pfosten. Ihr gebt euch das... Da stehen Typen, ne? Die haben einfach das Band um den Hals und zählen jetzt als Pfosten. So, Jungs, macht euch für irgendwas nützlich. Steht einfach rum. Maschallah. Das ist der von gestern. An den kann ich mich noch erinnern. Seinem lila-blauen Krümmer. Weil, er weiß, das ist das, was mir im Kopf geblieben ist. Sein Krümmer, aber nicht die Folierung, beziehungsweise die Lackierung, die er hat. Ne, der Krümmer. Der ist es. Auf seiner Husqvarna. Der könnte ja auch fahren, Mann. Das frage ich mich jedes Mal aufs Neue. Warum tue ich mir das noch an, Mann? Die Leute sind doch eh alle komplett inkompetent in der Stadt, Mann. Der steht einfach so jetzt da? Der, die Leute sind so durch, alle. Oder der Passat echt mit zwei solchen Auspuffroren verkauft? Das sieht nicht sehr werksmäßig aus. Genau, fahr auch über Rot, Digga. Gar kein Problem, dass wir für dich stehen bleiben müssen. Ja, Mr. A45. Du bist schon krass, Digga. Wenn ich die 600 habe, können wir uns ja nochmal treffen. Ach, jetzt kommen wir wieder am menschlichen Pfosten vorbei. Ah, okay, die wechseln sich durch, so wie es aussieht. Boah, es ist grün vorne und die Leute stehen einfach, Mann. Oh, die Roller Gang. Sie sind unterwegs. Der Drip bei denen ist unnormal. Mashallah, Digga. Glaubt, ich kann sie bringen, dass sie zu mir schaut? Ein bisschen. Das war aber auch kein Begrenzer. Begrenzer hat sie safe zu mir geschaut. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh, ich warst gegen meinen Helm geflogen, Mann. Boah, ich habe mir letztens so gedacht, warum fährst du eigentlich nicht mit offenem Visier? Es ist viel besser, du kriegst viel mehr Luft. Da ist übrigens die A-Klasse. Sogar mit der 250er ziehe ich dich am Ende ab. Wo war ich stehen geblieben? Weil ich bin jetzt... Hä? Was habe ich denn gesagt? Ich habe es vergessen. Nein, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin so dumm im Kopf einfach. Es ist einfach so. Ich sollte echt zum Arzt gehen, Mann. Ey, es nervt mich gerade richtig, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Da ist Roger. Oder Roxana, wer auch immer da drin sitzt. Ich glaube, das ist Roger. Ich kann mich nicht erinnern, dass Roxana so ein Berg war. Hey, da ist ein Araber. Hä? Sind die Araber wieder in der Stadt? So wie es aussieht, ja. Warum hat mich mein Araber noch nicht angeschrieben? Walla ist nicht korrekt so... Wie hieß er nochmal? Wie hieß der Typ nochmal? Achmed hieß einer. Ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Ich habe es euch doch gesagt, Mann. Ich vergesse alles. Ich habe jetzt vergessen, was ich da sagen wollte auf der Leopold. Ich weiß nicht, die Leopold, die andere Straße, wie auch immer sie heißt, Mann. Wieder was, was ich nicht weiß. Jetzt habe ich den Namen von meinem Araber vergessen. Das kann doch nicht sein. Der hatte einen langen Namen. Abdurrahman. Abdurrahman. Jetzt habe ich es. Walla, Abdurrahman. Das ist nicht korrekt von dir, Mann. Ein alter Rolls-Royce. Ein Bentley war das. Alles klar, Digga. Ah, Mann. Ich dachte schon, das sind doch keine Rolls-Royce-Lichter vorne. Waren es auch nicht. Hey, heute ist richtig verplanter Vlog. Hey, die haben geheiratet. Glückwunsch. Okay, ich glaube nicht, dass die geheiratet haben. Aber die waren auch erst eine Hochze. Wobei, no front, Digga. Könnte auch sein, dass er geheiratet hat, Digga. Wer weiß, wo die Liebe hinfällt. Wenn sie halt erst mit 70 irgendwo hinfällt, dann ist es so. Bruder, hier ist 50. Du fährst einen 7er. Da wird doch irgendwo eine Uhr drin sein in diesem Auto. Dann weißt du auch, dass du da 50 fahren darfst, Mann. Am YouTube, ich glaube, wir müssen aufhören. Nur keine Ahnung, Digga. Ich habe mir null gemerkt, wann ich ange... Digga, heute ist so verplant, Mann. Ich habe mich nicht gemerkt, weil ich angefangen habe, aufzunehmen. Ich habe gefühlt 50 Sachen im Video vergessen, Mann. Ah, Mann. Ich hoffe, dass man das jetzt noch hört. Nicht, dass die Camp schon längst aus ist, ne? Ich bedanke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das unnormal geile Wetter. Wetterbericht hat sich mal wieder geändert, so wie es 12 Mal am Tag tut. Jetzt sollst du noch morgen schlechtes Wetter werden und dann fast eine Woche wieder durchgehend schön. Wie gesagt, es ändert sich eh eine halbe Stunde wieder. Von daher kann man darauf nicht vertrauen. Bleibt mir gesund, YouTube. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla.